Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest eine königliche Kuh anzunehmen bei Neb in den schallenden Tiefen an dieser Stelle. Vorquest war ein Wicker für Gift und dann geht es in diese Richtung. Königin Rikitiklas Gift. Schaut mal, wie es aussieht, müssen wir in diese Hölle hier hineinlaufen. Und hier muss irgendwo Königin Rikitiklas sein. Schaut mal, die ist da oben. Hat einen richtigen Thron. Ah, da kommt sie schon. Ein paar Bulldowns. Ist keine Elite Mob. Und da habe ich sie umgehauen und wir müssen sie looten. Kepp, Nepp, Königin Rikitiklas Gift. Natürlich kommen jetzt noch mehr Mobs. Bin ich im Kampf? Ah, mit diesen Dings da. Okay, mit diesen kleinen Spinnen war ich im Kampf. Jetzt müssen wir mit Nepp quatschen und die Sprechplätze hier anklicken. Mecker Maul geheilt. Jetzt dürfen wir Mecker Maul rechtsklicken. Aber ein Quest Item. Tatsächlich, wir hätten auch ein Quest Item, falls man nicht einfach rechtsklicken kann. Quest ist abzugeben bei Nepp. In den schallenden Tiefen. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.